Und in der Zwischenzeit hat sich doch noch ein Redner gemeldet. Es ist Rudolf Taschner von der ÖVP. ...Hohes Haus, jetzt haben wir nur ein ganz kurzes Wort gestattet. Frau Kollegin Belakowitsch hat Ausdrücke verwendet und sich über die ÖVP geäußert, in einer Art und Weise, die diesem Haus nicht entspricht. Ich glaube, es ist nicht einmal notwendig, dass man sich dagegen wehrt. Man darf es einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Es soll einfach auch von der Frau Kollegin Belakowitsch als nicht gesagt gelten, das wäre das Glückste von hier, wenn sie das durchführen würde. Wir jedenfalls verwehren uns dagegen.